Okay Leute, wir machen heute einen Wettessen, dann schauen wir, wer gewonnen hat, und da kommt eben noch Postmann, der Verlierer. Der Verlierer muss nicht tätowieren, Bruder, tätowieren. Ich bin für Japan. Oh, ich darf mal aufgehen. Oh, das ist fast anders. Freunde, wir haben uns jetzt beschlossen, wir facken hier noch Hundefutter, weil ich hier rein bin. So Freunde, hofft ihr da von Herbst, ich komme hier wieder zurück auf meinen Kanal. Währenddessen hier gerade die Kamera läuft, haben wir auch hier gerade den Livestream anschaut. Zeig mal kurz den Livestream-Chat hier. Boah, was kriegen wir da raus? Deine Ohren! Guck mal, bitte im YouTube-Video. Ey, auf jeden Fall. Leute, ey, geil, was geht ab? Wir sind gerade hier am Start mit dem, ja, wie heißt du? Kannst du dich so vorstellen? Ehrenmanrius der Echte. Der Allerechte? 200 Kilogramm. Boah, Digga, schon viel. Auf jeden Fall, Leute, wir machen heute ein Wettessen, und zwar wird es ganz genau so laufen. Wir werden heute eine Vorspeise haben, ein Hauptgericht und ein Nachtisch. Es gibt insgesamt drei Punkte zu holen. Als Vorspeise haben wir diese Melona. Auf jeden Fall, wir machen fünf Stücke Melona. Das ist unsere Vorspeise, mal gucken, wer er erst ist. Dann haben wir eine Hauptspeise, was ist die Hauptspeise? Was ist die Hauptspeise? Ich hab's vergessen. Döner, Leute! Auf jeden Fall, wir haben jetzt eine Hauptspeise, das ist der Döner. Mal gucken, wer da auch schneller ist. So, wenn wir dann diese zwei Sachen durchgehen, gibt's eine Nachschweiße. Die Nachschweiße, was ist der Typ hier immer sehr, sehr gerne? Der Typ ist sehr, sehr gerne Donuts. Und Berliner. Krapfen. Berliner. Krapfen. Berliner. Krapfen. Berliner. Dann schauen wir, wer gewonnen hat, Leute, und der Verlierer. Was macht der Verlierer? Der Verlierer muss sich tätowieren, Bruder. Tätowieren. Tätowieren. Und was? Nicht ein normales Tattoo. Nein. Kein normales Tattoo. Den seines Crushes. Aber, nicht wir selber, sondern du machst meinen Crush, aber ich mache deinen Crush. Oh, oh. Adi Suu. Ja, ja. Oh, komm, Jule. Es war klar, Jule. Jule, komm, lass uns doch, lass uns doch endlich einfach heiraten. Freunde, wir haben uns jetzt beschlossen, wir packen noch Hundefoto bei ihr rein und sein Döner. Komm rein. Komm rein. Knusper, knusper Knäuschen. Der Knabber da angemacht sein Döner. Extra Rüner für dich. Wasser Milone, erste Runde, Vorspeise. Erste Runde, Wasser Milone, Vorspeise. Es geht der Schluss. Okay, komm, Freunde, lass uns nicht zu reden. Zwanzig. Warte, wir haben. Gerne aufgehend. Zwanzig. Das war die Rampusik. Neunzehn. Vier. Drei. Vier. Let's go. Schau, wo du keine Schuhe aus. Auf geht's, Schamu. Auf geht's, Schamu. Auf geht's. Auf geht's, Schamu. Auf geht's, Janelle. Auf geht's, Schamu. Nein. Ich hab auch gar nicht mehr. Nein, mein Gott, viel mehr. Ich hab nicht. Ich hab zehn. Ich hab die Fault. Es geht weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Weitere, weiter. Einzelne Runden. Wir haben jetzt auch fertig. Okay, warte, ich entscheide. Na, ich hab die Worte. Ich hab die Worte. Guck mal, wie viel der noch dran ist. Warte, ist fair. Okay, eins zu zu Marius. Okay, jetzt geht's ab mit Döner. Ich zähl von zehn runter. Ich zähl von zehn runter. Okay, warte, warte. Wir können schon mal aufmachen, bevor Mund halten. Runde zwei beginnt. Erste Runde hast du gewonnen. Er hat einen Punkt. Ich muss jetzt gewinnen, eigentlich. Und dann verlierst du. Okay, ich würd sagen... Du musst gewinnen. Auf geht's, Schamu, Digga. Okay, komm. Komm, Leute. Okay. Fünfzehn. Vierzehn. Nicht so schnell, ich mach langsamer. Dreizehn. Zwölf. Vier. So schlecht kriegt ja nicht. Drei. Nein, 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 nein. Zwei. Eins. Warte. Auf geht's, Schamu. 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 Auf geht's. Und schnägt's? Ich bin für Schamu. Oh, Schamu, auf geht's. Du hast es fast, Wallah. Digga, Schamu, was ist mit Schamu los? Was ist mit Schamu los? Die Sonne glaubt doch nicht, Schamu, auf geht's. Auf geht's, Schamu. Komm, 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 komm. Ja, komm. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Um, schluck einfach, schluck einfach. Kau nicht so viel, einfach schlucken. Ja, ja, komm komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Verpfleg dich, Jamu. Mach weiter, mach weiter, Digga, egal ob schlecht oder nicht. Ja, was? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, 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 ja. Hey, warte, dann sind wir jetzt beim Finale, ja, jetzt kommt das Finale! So Freunde, Runde. Drei Finalrunde. Ich würde sagen, wir fehlen von 30 Runden. Wir sind nicht auseinandergegangen. Komm Leute, für euch. 4, 3, 2, 1, 1, 0, Holger. Tick da was, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tick da, was ist los mit dir? Oh mein Gott, keine Chance. Ey, dort ist Hundefutter am Döner. Nein. Freunde, wir haben uns jetzt beschlossen, wir packen noch Hundefutter bei ihr rein in seinen Döner. Nein. Halt die, halt die. Hat das nicht ausgeschmeckt? Ne, dann haben wir noch keinen Hundefutter. Genau. Genau die hier. Weißt du was das Ding ist? Ich glaube echt, ich würde das Ding nach Hause holen. Für unsere Community aber, oder was soll ich sagen. Im Endeffekt haben wir euch heute einen geilen Content geliefert. Digger, der war geatmet. Ich hab die geatmet. Ich hab die geatmet. Wurde verdient geworden. Was soll ich sagen? Die letzte Challenge war... Aber er war Staubsauger. Das Ding ist die letzte Challenge war einfach seine Challenge. Was soll ich sagen Bruder, das ist kein Donut. Also du hast ja den Donut. Hast du einen Donut gehabt? Ja. Ich hab's ihn, Bruder. Wo ist der? Er hat den hier gemacht. Er hat den Donut. 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 Blatt gedrückt. Zermal... Nein. 300 Deku. Es ist ein Stück, wenn ich sauer und rollen. Es ist ein Stück. Komm. Digger. Ich bin nicht ohne Endschubwasser. Du kleiner F***er. Jetzt weißt du warum. Guck mich nicht an. Ich werde das nicht probieren. Auf jeden Fall. Wenn du Adisoner liebst. Nein. Liebst du dir nicht? Komm. Wenn du Adisoner liebst. Er isst dich. Du musst kaufen. Ich hab's rauszunehmen. Ich hab die Sünder. Mach einfach. Asuchi. Okay. Ein Sünder jetzt. Also Asuchi. Wenn du Adisoner liebst. Aber warte Digger. Bei dir ist es anders. Weil du hast mir Dünner gegessen. Und es ist nicht so krasser Geschmack. Ich schwör's. Ich hab's schon gehört. Er muss aus Prinzip auch extra essen. Er muss einmal abpassen. Aus Prinzip einmal. Wenn du deinen Hund liebst, isst du den jetzt. Ich schwör, mein Gott. Ich fühl das machen, wenn ich dich schon 3 Stunden drehe. Okay. Jeder hat den grad drohen. Er ist deine Kommunikation. Dann isst du. Ja, wenn du den isst, ess ich auch. Einmal ein Wort. Einmal ein Wort. Nein. Einmal ein Wort. Guck mal, auf mein Wort kann man vertrauen. Wenn du isst, ich schwör auf alles. Aber du musst richtig rein. Wenn du noch in den Mund steckst, dann schmack ich auch noch. Schmeckt's ohne Futter. Wieso? Wieso? Ich muss den Mund schmacken. Ich schwör du musst. Los. Ich hab genug geschluckt. Ich werd ausschwungen. Okay. Jürgen, du musst. Wir haben alles. Was ist das Ding das denn? Hund denkt sich grad. Das ist doch gar nicht. Hund mit Futter. Reinbeißen. Kau. 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 Wir müssen nicht kaum sehen. Kau auf wie ich vorne mit den Vorderzehen. Sonst bleibt es eben nicht los stecken. So Freunde. Das war das Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Einen Kommentar. Folgt den ganzen Jungs. Seht den ganzen Instagram Accounts unten in der Videobeschreibung. Mach dir. Noch nie hast du's gemacht. Ich werd's noch diesmal heute widerlich tun. Deswegen Leute. Kommentiert mal gerne. Wer eure Meinung nach verdient gewonnen hätte. Natürlich. Ich melke kommentiert alle meinen Namen. Ich würd sagen. Folgt dir mal. Lass dein Like da. Ein Abo. Kommentiert. Teilen. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020